Die sechste Explorer Node vom Dear Jane Event wurde bekannt gegeben und zwar befindet sie sich bei 31,2 und 83,3. Damit ist meine Prediction eigentlich komplett richtig, dass die ganzen Nodes sich gegen den Uhrzeigersinn um Island befinden werden. Gestartet links unten, jetzt sind wir rechts oben am Berg und die Node ist direkt vor mir, also wirklich hier oben auf dem Berg. Die kann man eigentlich echt nicht verfehlen, ich glaube da muss ich jetzt auch nicht die Umgebung zeigen.